Wir sind ein mittelständiges Maschinenbauunternehmen in Deutschland. Wir sind der einzige Hersteller in Deutschland, der Eiswürfelbereiter entwickelt, produziert und vertreibt. Die Firma Wessermart Eismaschinenfabrik GmbH wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt. Wir haben derzeit 49 Mitarbeiter. Wir konstruieren die Maschinen, wir fertigen alle Teile hier im Hause selber und am Ende haben wir eine Eiswürfelmaschine in verschiedenen Größen. Wir stellen die gesamte Palette an Eiswürfeln hier bei uns her. Das heißt, es gibt verschiedenste Formen von Eiswürfeln, von Hohleiskegeln. Das ist unser Standard-Premiumprodukt bis über quadratische Eiswürfel, kleine Microcubes, Scherbeneis, Flake-Eis. Also alle Eissorten, die irgendwo im Markt bekannt sind, bieten wir an. Hier geht es jetzt darum, diese hergestellten Eiswürfel schonend zu bevorraten. Um so zu bevorraten, dass sie nicht festfrieren, das ist genau die Kunst, die dahinter steht. Deshalb müssen diese Eiswürfel, die produziert worden sind, bewegt werden. Der zweite Schritt ist, diese Eiswürfel aus dem Vorratsbehälter heraus transportieren in die Wiege- und Abfülltechnik. Und letztendlich, um auch die exakte Abfüllung in den Beuteln sicherzustellen. Das heißt also, wer einen 2 Kilogramm Beutel Eiswürfel kauft, der möchte natürlich auch und muss natürlich auch 2 Kilo in dem Beutel haben. Deshalb ist es wichtig, dass nicht eine Unterfüllung erfolgt. Es darf aber auch nicht zu viel Eis abgewogen werden. Das ist genau der Hintergrund, das heißt also eine industrielle Einrichtung, um Eiswürfel gewichtsgenau abzufüllen, abzupacken, aber davor auch richtig schonend zu lagern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.